Claudio, was für ein Abend. Du hast 197 Tore in Deutschland geschossen und heute hast du noch vier weitere dazugelegt. Das heißt, du hast die 200 geklackt. Das ist schon mal ein riesen Applaus wert. Claudio Pizarro, 201 Tore in Deutschland und ein 11 Meter gehalten. Geht es schöner? Ich kenne dich besser, glaube ich. Und mit diesem Publikum, die ganzen Leute, die heute hier waren, meine ganzen Freunde auf dem Platz, auf dem Bahn, meine Familie. Das für mich ist das beste Ende für meine Karriere und ich kann nur sagen, vielen Dank an alle für die Unterstützung und für die tolle Jahre. Danke Fußball, danke euch alle.